Tja, weiter geht's mit dem zweiten Teil des großen Amur-Welts-Jagens. Irgendwo muss doch der Schlingel zu finden sein. Und ich probiere es an ähnlicher Stelle wie auch schon im letzten Mal, aber diesmal auf die noch dickeren Brocken. Also, das teilt sie doch schon richtig gut aus. So kann es gerne weitergehen. Denn rein damit, ich habe zwei Routen auf Grund und mit der dritten werfe ich genau in die gleiche Ecke, an die gleiche Stelle. Ziemlich genau auf 30 Meter und Jig hier wieder durch. Irgendwann muss doch der dicke Fette Amur-Welts reinballern. Und hier sehe ich gerade im In-Game-Chat Ivan Drago, alter 4,288 Kilo, auch schon so einen dicken Brocken gezogen. Also, offensichtlich lüppt der Lümmel wieder. Nachdem er ja in den letzten Tagen, also die letzten Tage der letzten Woche sozusagen, deutlich nachgelassen hat. Und man von allen Seiten gehört hat, ähm, ja, Amur-Welts, nee, leider schon nicht mehr so gut gewesen. Äh, ja, nach dem Rumge-Umke geht es jetzt langsam wieder los. Und ich sehe schon wieder den nächsten Amur-Welts mit über einem Kilo hier drin. Also, es scheint gerade wieder ganz vernünftig anzulaufen. Gestern Abend hatte ich dann auch schon wieder, ähm, eine ganz guten, äh, oder richtig dicken, fetten Brocken in den Rekorden gesehen. Gerade mal eben reinschauen, genau, genau hier, Iris Frank, genau, hatte hier noch geschrieben, auf 82,100. Und da stehe ich dann jetzt auch und, äh, teste das nochmal aus. Ähm, Entfernung, joa, ich baller hier einfach, sagen wir mal, ungefähr ziemlich genau, ja, so raus. Das heißt, ich werfe ungefähr hier in diese Area, ich will, glaube ich, gar nicht hier richtig rein, ähm, sondern hier an dieser Kante entlang und in diesem Bereich dann einfach so durchjiggen. Ähm, wie das Sets zusammengebaut ist, das zeige ich natürlich auch alles gleich im Detail nochmal. Da ist es gar nicht viel Unterschied zu dem letzten Mal. Jetzt ziehe ich hier nochmal eben rein. Hier nochmal ein bisschen dran rumzubbeln. Ja, sind die noch aktiv, sind sie. So, ich musste ja gerade mal eben hier alles starten. Zack, und wieder raus damit. Also, raus hier, ungefähr auf halb aufgeladen hier mit diesem Setup. Das sollten so circa 30 Meter sein. Und dann ziehe ich hier locker durch mit 25er Einholgeschwindigkeit jetzt hier auch, wie gesagt, auf diesem Setup. Also, eine relativ langsame Einholgeschwindigkeit. Ähm, einfach schön entspannt durchziehen. Und dann eben auf den Amur hoffen. Einser-Haken jetzt gerade hier noch drauf. Ich hatte schon überlegt, auch einen 1.0er-Haken mal zu verwenden. Aber ich glaube, erstmal mit einem Einser-Haken hier auf dem Jig bin ich ganz zufrieden. Hauptsache, man kommt hier immer noch schön konstant in die Jig-Führung rein. Dann lübt das doch ganz gut. Zweiter Fisch jetzt gerade erst. Der erste war schon gut. Der zweite gerade war noch deutlich besser. Zack, und dann geht's auch weiter. Das ist aber eher was Lüttes. Und das, dann ist natürlich die große Frage, wie viele von diesen Brocken gehen jetzt hier rein. Zack. Und weiter geht's. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen schneller. Vielleicht doch so eher auf 30. Zack. Da ist schon einer dran. Jawohl. Genau so soll das gehen. Genau so soll das gehen. Ich liebäugel gerade damit, hier auch vielleicht den einen oder anderen Goldküder mal ranzuschmeißen. Nasshorn-Käfer-Larv oder sowas. Man hat da natürlich die große Gefahr, dass dann hier vielleicht auch irgendwelche Störe rangehen. Ist natürlich ein bisschen tricky. Also lieb wäre es mir natürlich, wenn er einfach hier auf den Jig gehen würde. Ich bin auch gar nicht so fein unterwegs mit dem Jig. Also relativ grob mit dem Jig. Die Dinger werden eben auch gefangen auf grobem Setup. Man sieht es auch immer wieder in den Rekorden. Zack. Wenn da jemand gerade irgendwie auf Timing aus war oder sowas, dann ballern da einfach die dicken, fetten Amurwälse rein. Und ihr seht auch hier selbst die kleinen, winzigen Quappen, die gehen da drauf. Also es scheint ganz gut zu funktionieren mit relativ dicken Setup. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Zack. Sofort Biss. Wahnsinn. Das war ein bisschen aggressiverer Biss. Aber auch da wieder. Amurwälse. Und das ist gerade richtig wild. Heißt also für dich, wenn du den noch brauchst, den Brocken, vielleicht als Trophy, sofort ausnutzen. Sofort ausnutzen. Was kann man aber trotzdem sagen? Nach vielen Tagen jetzt immer mal wieder hier hinrennen. Anscheinend ist der Spot mal da und mal wieder weg und dann wieder da. Anscheinend ist der wohl immer mal wieder da. Heißt also, wenn du das Video siehst oder es ist vielleicht schon irgendwie ein paar Wochen alt, trotz allem einfach mal ruhig probieren. Denn solche Spots kehren halt immer wieder und liefern dann eben auch immer wieder die Fische. Auch wenn mal zwischendurch eben so eine kleine Pause drin ist. So. Nochmal weiter durchziehen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob da gleich noch was Großes reingeht. Und dann gehen wir gleich, wie gesagt, nochmal auf Set ein. Und dann geht der nächste rein. Also, ich musste natürlich jetzt die Nacht schön durchziehen, denn ich brauche den Brocken ja auch endlich mal als Trophy. Deswegen gehen wir jetzt gleich, ach guck mal, eine Quappe. Deswegen gehen wir jetzt dann gleich mal aufs Set ein. Übrigens gar keine, ich glaube, beziehungsweise ein Biss nur auf Grund, auf Tauwurm. Nichtsdestotrotz soll das eben noch funktionieren mit dem Tauwurm. Vielleicht lege ich mal in der nächsten Nacht eine Route auch nochmal mit Fischfetzen aus. Schauen wir mal, was da geht. Ob dann vielleicht da eher die Quappen gehen oder eben auch da die Amurwälse. Und was ich natürlich auch noch getestet habe jetzt in der Nacht, die Geschwindigkeiten. Ich habe das Gefühl, ich habe den Eindruck, dass es mit einer recht langsamen Geschwindigkeit besser funktioniert. Ich hatte auf sowas wie einer 30 gar kein Ergebnis. Also relativ langsam durchgezogen. Natürlich immer noch mit der Jig-Führung. Das muss natürlich auch immer noch am besten drin sein, dass man dann eben die Chance hat. Und es sind tatsächlich auch relativ weit hier vorne in dem Bereich noch ein, zwei reingeballert. Beziehungsweise auch nochmal eine Muschel mit reingeballert. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal in den Kescher. Sagen wir mal einen Wurf machen wir. Jetzt haben wir 5 Uhr. Reicht so langsam. 6 Grad. Kühl ist es gerade. Und in der Nacht war es auch recht kühl. Also einwerfen wir nochmal aus. Zack nochmal eben ausjustieren. Genau in dem Bereich. Ungefähr bis halb. Zack. Abzinken lassen. Und dann locker durchziehen. Mit einer recht langsamen Geschwindigkeit. Einfach schön durchjiggen. Genau. Zack. Ja und dann einfach nur hoffen. Ich denke mal, dass man so bis ungefähr 8, 9, ja sagen wir mal vielleicht bis spätestens 10 Uhr hier durch sein sollte. Dann kann man sich ja eigentlich schon wieder zwischen, ja sagen wir mal zwischen 9 und 10, könnte man sich schon wieder dem nächsten Spot widmen. Denn man will ja auch am Tag weitermachen. Und da soll auch zur Zeit der Seitenarm wieder super funktionieren. Also wenn ihr tagsüber dann hier unterwegs seid, dann schön mit dem Spinning, vielleicht so mit dem Belaya Set oder wenn ihr schon was besseres habt, ab zum Seitenarm. Und dann da schön wieder mit den braunen Oric Popper in 4 Gramm weiter durchziehen. Zadam. Nächster Humorwels mit 2, noch was. Jetzt gehen wir aber mal endlich auf Set ein. Also so sieht das Set aus. Ich bin natürlich hier wieder komplett übertrieben zu Gange. Warum auch nicht, wenn man es kann. Man muss natürlich für einen 5 Kilo Fisch nicht so heftig da rangehen. Aber ich sage mal so was, ich sage mal Minimum so im Bereich von der HSV sollte man schon haben. Wenn man gerade in dem Levelbereich ist, dass man hier zur Tunguska kann, wird man ja wohl auch einigermaßen vernünftiges Setup schon haben. Einser Haken groß. Ich liebe Euge halt gerade mit einem 1.0er. Den müsste ich mir dann allerdings mal kaufen demnächst. Und dann teste ich das wahrscheinlich auch nochmal mit einem 1.0er. Genau, mit dem Quicker 4,5007. Ich habe diesmal ein sehr kurzes Vorfach verwendet. Allerdings auch hier in 31 Kilo schwer. Weil die Gefahr trotz allem halt besteht, dass hier auch dicke Timen drauf ballern. Und da habe ich halt auf einen dicken, fetten, langen Drill gerade wenig Lust. Nur weil ich vielleicht gerade einen 10 Kilo Vorfach verwende oder sowas. Von daher schön aggressiv reingehen. Gucken wir mal, ob sich das nicht vielleicht doch, also vielleicht werde ich es irgendwann mal testen. Aber im Moment ziehe ich einfach so durch. Und wenn ich dann irgendwann ganz verzweifelt bin, dann gehe ich auch runter vom Vorfach, von der Vorfachstärke. Die Grundrouten sind halt ähnlich zusammengebaut. Also auch hier einen 50 Gramm Blei. Auch da das Vorfach ähnlich gewählt. Kurz und so schwer. Und dann haben wir hier eben einen 1.0er Haken drauf mit dem Tauwurm. Aber wie gesagt, richtig viel war hier nicht. Die liegen beide, ja, auch hier so in diesem Bereich. Also komplett die Area angepeilt. Soweit das Ganze. Das ist das Ergebnis für 20 Minuten. Gucken wir auch nochmal eben kurz rein. 20 Minuten. Und ja, wenn man hier sieht, 50 Silber für einen so ein Fischchen. 20 Minuten, 200 Silber. Kann man, glaube ich, mal ganz gut in der Nacht machen. Holt raus die Brocken. Toi, toi für die Trophy. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags. Veloc, Mittwochs und Freitags. Mach, Mittwochs und Freitags. Verpasst, Mittwochs und Freitags. Tschüss. erasst sondern alles. the Leute sind da und nicht die Leute zu machen. Alle das sind so einfach. Gut, vielleicht unter Ihnen. Bis zum nächsten Mal wiederum. Bleib. Bis zum nächsten Mal.